So, und dann sind wir wieder zurück bei Mad Legal Dynasty. So, ich habe noch schnell noch Essen verteilt, weil die hatten jetzt auch Schubbler nicht mehr. 100% schmutzig, nice. Wir brauchen noch was zu saufen, sonst verdursten wir. Und dann müssen wir noch ein Haus bauen und dann sind wir dursten, Gott sei Dank. So. Okay, Haus noch bauen und dann sind wir fertig. So, ah, ah, ah. So, jetzt am liebsten hier hin bauen, irgendwie so. So. Das würde eigentlich so passen, oder? So. Das Spiel sagt nein. So. 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 Helst möglichst mal ausgraben hier, zack, Holzschaufel bitte, Inventar, zack, graben wir das Ding hier raus. Das ist ein Irsch in der Hohersbahn, die Sitzung, die Mäuse melden. Das hier kannst du nicht bauen. Ah, Gebäude, der wird überschritten, ich trottel. Na, klasse. Wir haben das Gebäude, der wird überschritten. Dann hauen wir uns hier einfach raus aus dem Gebäude. Oh Gott, es ist, wir brauchen ja kein Haus. So. zack ja persönlich brauchen ja keins da war es auch noch drinnen so verwenden das dauert noch eine kleine stunde das sind nur noch eine kleine stunde, die hier sind Äh, Verwaltung, Leute. Ist einer drinne. Ist einer drinne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hä, die müssen da aber... Ne, wieso hat er zwei Häuser? Ne, wieso? Ne, wieso hat er... 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 Na, wir brauchen ein scheiß Haus, Alter. wir selber brauchen auch ein Haus was ist denn los? die hat nämlich 3 auf Handel hat er nämlich 3 jawohl die 3 auf Handel das ist aber ein bessere Jäger als die anderen 2 ja und jetzt sind wir ja man und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der ist wichtig, der eine. Der ist doch wichtig. Das, ich brauche mal durch den Jungen. Der hat gar Ketchup, ne? So, jetzt machen wir das gebrodene Fleisch mal rein. Was kann der, der Jäger eigentlich, ne? Der ist Jäger. Ist der jetzt auch Jäger? Der hier, das sind 20 jäger. Ich würde das noch nicht raushalten. Das wird wohl nicht anders sein. Wie heißt der? Kardomir, wo bist du? Ich spreche nicht mit dir, bis du dich gewaschen hast. Okay. Oh, Reputation, Alter. So. So. Kann ich zähle selber als Bevölkerung mit? Das ist blöd. Äh, wir brauchen... Zack. Wo waren das? Den Waschzubohr, den Waschzubohr. Wo konnte ich den Waschzubohr bauen? Ehrlichkeiten. Technologie. Okay. Das ist ähnlich, hier sorgt nicht, weil die... der Waschzubohr ist. So. Wo konnte man den bauen? So. Da ist die Palisjorden. Da ist die Palisjorden. Was war das? Ah, hier. Sechs Bräder brauchen wir dafür. Ja, wo? Das sechs Bräder sind wir noch an, ne? Wir haben das Sleebräder, jawohl. Ja, zumindest ist es aber... vor Stämme. Kannst halt jetzt noch Frauen einstellen, die dort mitwohnen, ne? Äh... Ja. Versteht ich. Problem ist, die weißen ja dann gleich los. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich brauche jetzt noch ein Waschzubohr, waschmilch, dann schmeiße ich den, ich versuche den aus der Siedlung zu schmeißen, damit er weg ist. Und dann... Waschmilch, 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 waschmilch. Dann... Alles klar. Wir sind uns in der nächsten Folge. Danke, dass du beiseimt. Bis zum nächsten Mal. Oh, ciao. Weltfrau. Pfleum!